Ich sitze in einem Baujahr 2021, BMW 2 Liter mit Hybridmotor, komplett schwarze Ausstattung und alles ist einfach nur krank. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Am besten fangen wir außen an, wir steigen direkt aus. Wir nehmen aber den Schlüssel mit, Alter. Ne, oh, jetzt ist ja Keyless Go. Keyless Go! Das erste Mal, glaube ich, auf diesem Kanal. Keyless Go, Junge. Geht auf. So, wir schauen uns das Ding mal an. Ist ein Vierzylinder Twin Power Turbo, wo sich der Akku befindet. Keine Ahnung, Digga, ist es überhaupt ein Hybrid oder hat er mir da was komplett Falsches erzählt? Aber trotzdem sehr, sehr stabil und kann nicht so leicht reißen. Was ist das hier? Oh, 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 oh. Das ist für hinten, Pusteranlage für hinten. Boom, tschakalaka. Boah, oh, ganz geschmeidig. Also der zieht jetzt nicht so krank. Ich meine, ihr wisst ja, wie es ist, Alter. Ne, ihr wisst es nicht. Die meisten von euch sind unter vier Jahre alt. Aber ich weiß es, ich weiß von kranken Autos, wie zum Beispiel den R8 oder den Supra, den ich gefahren bin. Die haben halt Leistung, Digga, die haben richtig Leistung, richtig Power unter dem After. Aber das Fahrzeug ist einfach nur zum Cruisen da. Das ist einfach ein ganz geschmeidiger BMW 5er Limo in der Mafia-Edition. Boah, schon 30. Ist das 30er zu? Oder was ist denn hier los? Ich darf auch nicht so machen. Aber das geht nicht. Zack, zack, Profi. Guck, Profi. Profi. Ah, bam. Heute Profi, heute Profi. Immer wenn ich mit guten Autos unterwegs bin, ist Profi. Direkt 20 Euro. Und wenn die Autos nicht mir gehören. Habe ich überhaupt Geld dabei? Oh, Junge. Oh, scheiße. Ey, guck mal, was ich geholt habe. Wisst ihr, was das ist? Abwarten, abwarten. Chilt euren After. Ich habe mir sagen lassen, dass irgendjemand eine Umfrage gestartet hat. Und die Mehrheit der Menschen hat für ein 130er Tempolimit gestimmt. Ich weiß nicht, was euch mit euch los ist. Ich wollte eigentlich sagen, ich weiß nicht, was mit euch los ist. Aber ich bin so außer Rand und Band, dass ich mich versprochen habe. Deutsche Autobahn. Deutsche Autobahn. Übrigens, laut diesem Artikel, den ich gelesen habe, die Mehrheit der Stimmen waren Frauen. No front. No front an die Frauen. Aber Mehrheit der Stimmen war Frauen.